Wie wir aus Freisen sagen ein bisschen anders als die anderen. Das Wehr ist Ruhe und das Tee ist Schwarte und der Wind ist stärker als in den Rest von Deutschland. Aber für dußen Jahre, da lädten wir uns auch ein nix hier und reden zur Freiheit aus Freisland, ein Abstandsbaum in Aurich. Einer freier Friseiner. Und da kommen wir los und haben die Sau mit uns allen Korb regelt. Für uns Land, für uns Umwelt und für uns Zukunft. Mit Blick nach vorne und vor dem Ankommen nicht. So ungefähr ist das für dich auch noch. Oder versuchen Sie mal aus Frise zu sehen, woher das machen soll. Und wenn man uns fragen nicht, wo uns Energie aussehen muss. Denn wir wollen bestimmt nicht auf die Idee kommen, lange Pipelines zu bauen oder Energie von irgendwie weit wegzuhalten. Uns weiß doch jeden Tag, dass es von den Korb auf geht. Das ist nicht schlimm, wenn ich es finde. Das mag uns aber nichts. Wir aus Frise haben immer gute Ideen und gute Vorstellungen, wo das laufen muss. Und mit der zukünftigen auch haben wir von den Stadtwerken auch wo wir uns die Aufgabe machen in der zukünftigen Vorstellung von der Energieversorgung für Ostfriesland zu machen. Und nun kommst du vor ein Teil von Ostfriesland. Und vor ein Teil von uns Energie. Nur zusammen können wir miteinander auf den eigenen Bänden stauen. Damit sind wir total stark. Mit der Energie von den Inspeisungen. Mit Biogast hier und uns gegen. Mit Wind, der auch über den Hubswein bleibt. Und mit dem Solarstrom von den Dach. Nämlich ähnliches auch, der in den Südnien. Einer Freya Frise. Einer. 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 Einer.